Nia, hallo und da bin ich begonnen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Ich muss jetzt noch ein bisschen Schaden machen, um eben dieses Package da zu bekommen. Ja, würde ich mal sagen, dann fangen wir doch einfach mal direkt dann an mit dem Chaos-Millium-Deck. Inge-Sillium. Altma. Vielen Dank. Vielen Dank. All the tech. 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 Vielen Dank. Wir haben Geduld. Wir haben Geduld. Das wird schon wieder so ein Drecksspiel. Ich kann es ehrlich sagen. Ich kann es ehrlich sagen. Völlig sinnvoll. Ich kann es ehrlich sagen. Ich kann es ehrlich sagen. Ich kann es ehrlich sagen. Das nehme ich jetzt gerne in Kauf. Ich kann es ehrlich sagen. 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 Dann habe ich natürlich verloren. Ich kann es ehrlich sagen. 1550. Okay. Auf jeden Fall. Ich kann es ehrlich sagen. Ich kann es ehrlich sagen. Ich kann es ehrlich sagen. Okay. Ich kann es ehrlich sagen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, das war jetzt clever gespielt, aber du weißt ja nicht, dass ich auch was habe. Vielen Dank. Okay. Das war's für heute. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Okay, wir machen jetzt erstmal das so mit einem Attack. Okay. 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 Das ist auch eine gute Takte. Aber die hätte ich schon viel früher machen müssen. Schade eigentlich. Ah ja gut, was soll ich jetzt machen? Jetzt wollen wir doch alles raus, was geht. So, was war das jetzt für eine Taktik eigentlich gewesen? Das muss ich mir im Video nochmal genauer anschauen. Weil ich denke, das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Könnte wirklich interessant werden. Ja komm, dann sind wir mal jetzt fertig. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war jetzt aber nicht nett von dir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Baby, damit hast du verloren. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.